Wir von Gusseleda recyceln. Aus alten Taschen, die wir nicht mehr verwenden können, machen wir einfach Neues. Wir nehmen uns die Taschen, schneiden Vorderseite, Rückseite und aus und trennen die Gurte ab. Um neue Sachen zu machen wie Armbänder, wir nehmen die Verschlüsse von den ganz normalen Taschenverschlüssen und machen sie einfach als Verschluss vom Armband. Oder auch alte Gurte, die schon sehr abgewetzt aussehen, einfach als Armband mit einer Knopfnäte und schon hat man ein neues Accessoire. Ebenso aber auch, wenn noch viel gutes Leder erhalten geblieben ist von der alten Tasche, kann man auch für sich an Handytaschen versuchen. Ganz einfach gemacht, auch wieder mit dem Druckknopf. Oder auch an größeren Sachen wie eine Gürteltasche. Es gibt eine Menge Möglichkeiten aus alten Taschen wieder was Neues zu schaffen. Und ich hoffe, wir konnten Ihr Interesse wecken und vielleicht folgen wir einfach den unten angegebenen Link und machen auch was Neues aus Ihren alten Taschen.